Wir sind zurück bei 2lack4, das letzte, vorm Finale. Ich hoffe wir geggen das genauso gut hin. Auf gehts. Ja. Ah ja. Ja. Klappt das? Alles geklappt? Er drückt. Oh ja, sehr schön. Den hier oben noch? Klang gut? Klang gut? Klang gut? Klang gut? Brauchen wir jetzt eigentlich schon noch irgendwas? Eigentlich nur... Welche Bomben habe ich noch? 3, ja. 3, 4... Das war natürlich... Das war nicht schlau. Ich wollte die Bomben eigentlich loswerden, damit ich unten wieder neu holen kann. Na ja, mal gucken. Ah! Set! Set! Ja. Sehr schön. Alle weg jetzt. Einfach weg. Gut. Holen wir uns unten mit dem Schnee. Ich weiß zwar gar nicht ob wir die unbedingt brauchen, aber mit vollem Magazin los ist schon besser. Hauptsache es. Hä? Ich hab da eine. Neuen Stück. Genau. Wüsste ich doch was es war. Hm. Müssen wir unten rein? Jetzt war auch irgendetwas. Was war denn das jetzt gleich? Jetzt war auch irgendetwas. Ah, das war... Kommt einer runter? Ja, genau. Ja, genau. Das war das, dem brauche ich unbedingt. Wir müssen nur den Spenden erschießen. Lass den Fuß. Ich darf bloß nachfossen werden. Genau das war der Fehler. Genau das war der Fehler. Kommt der noch jeder runter? Ah, das ist Müll. Das ist Müll. Nия. Waffe. Nid, nid, nid. Ni, ja, gut. Nein. Es war auch nicht so... Ah, mir gefällt es gar nicht wie das läuft so. Wir hätten auch den dort oben noch erschießen müssen. Ich muss nicht ein bisschen wachsamer sein, das ganze durchsieht wahrscheinlich dort noch nicht. Warte! Ich komme schon rein. Ah. Das ist ein Weifo. Warte! Ich komme ein bisschen auseinander. Ah, der Alarm ist weg. Warte. Warte. Warte! 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 Warte. 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 Wie kann ich mit dem nie weitermachen? Wie kann ich mit dem nie weitermachen? Dann kann ich hier auch einfach runter, das müsste auch gehen. Oben kriegt er auch nichts. Ich muss das erstmal hier unten. Das ist doch ohne heiße Sache. Jawohl. Hallo. Kommst du mal mit? Hallo. Folge mir. Okay. Folge mir. Folge mir. I2-Safe-Mast-Mach. Damit sitzen nur noch vier. Was war denn jetzt gleich? Aha, okay. Und klappt. Gut. 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 Damit können wir eigentlich schon reingehen. Jetzt kommen die Hunde. Ah, jetzt kommen die Hunde. Und dann kommen die Hunde. Ja, das ist mit dem Hin und Her hier. Und bei den Hunde drüben, ja. Alle mit EMAs, sauber, sauber. Hier war auch irgendwas, was scheiße werden kann. Hier kommt noch was. Hier kommt noch was. Ah, wusste ich doch, wusste ich doch. Das war's glaube ich. Da haben wir eigentlich nicht mehr. Ne. Okay. Die zwei hier hinten gehen vorne. Drei, dann fehlt noch Erinnerung. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Ja. Folge mir. Okay. Waffe. Okay. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Folge mir. Okay. Spitze. Waffe. Okay. Okay. Folge mir. Folge mir. Okay. Folge mir. Okay. So. Das ist schon mal sehr gut. Das ging erstmal ohne Probleme. Was gut ich. Nur noch einer. Warte mal, bin ich ja eigentlich richtig? Ne. Ich muss da wieder andere Richtung. Ich muss da wieder andere Richtung. Krimm quatsch. Was doch wieder. Oder hier rein. Genau, jetzt muss ich ja oben rein. Äh, muss ich oben lang? Das braucht du ja auch noch. Ja genau. Das müsste ja oben offen sein. Genau. Ja genau. Ja genau. Das war unsere beschissene Stelle hier. Den Hunden hier unten. Ja erstmal den hier holen. Ja. 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 Ist mir gut. Das habe ich aber anders gelöst, wie das Spiel eigentlich wollte. Ja genau, das nix mir nichts hier. Mit dem. Dann gehe ich erstmal hier reinrabbeln. Ja. Jetzt habe ich mir gerade hier hinten. Ja. Damit kommst du. Jetzt kommen die alle vor. Ja. 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 Dann geht's weg. Auch den zweiten auf jeden Fall auch noch. Weil jetzt wird's beschissen. Ja. 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 Genau, jetzt fahren wir. Ja. 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 Hier handic ich wieder narrative. Das war immer das Problem gewesen. Ja. Das ist immer das woanders gegeben. Der ist weg. Da ist ein Bug. Jaai. Hier ist er. Halt hier. Halt hier. Hilfe. 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 Ja, den kriege ich nicht. Warte. Ja, genau. Das, dann müssen wir uns den holen. Hilfe. Oh nein. Das hätte nie passieren dürfen. Das ist nützlich. Die müssen wir durchdrehen. Jetzt kommt der. Ja. Ja. Das ist das Problem. Hit that. Hit that. Hit that. Das ist das Problem. Ein Massaker. Oh. Gut. Dann rein wir noch in die Bombe rein. Die Mine. Die Mine. Die anderen kommen da weg. Die Mine. Die Mine. Die Mine. Die Mine. Die Mine. Der letzte. Der letzte. Ich würde sagen. Wir probieren es mit den so zu töten. Warum denn? Warum denn? Das dürfen wir also ohne machen. Hilfe! Der Zimmer wird uns aufgeregt. Komm Junge, pushen. Ha, ha, ha! Safety! Ein Wettbewerb! Ein Wettbewerb zu werden! Das ist ein Wettbewerb! Geh! Ein Wettbewerb! Ein Wettbewerb! Das ist dum. Oh. Das ist dum. Das ist dum. Oh. Ja gut. Ich bin viel zu nervös um das zu schaffen. Ach Mist. Warte. Oh was. Warte. Ich werde das vielleicht schnell besser machen. Hi. Okay. Ist ja noch ein Hund übrig hier? Scheiße. Scheiße. Aber was nützt denn der uns eigentlich? Hier ist es scheiße. Hier ist es scheiße. Wir brauchen den eigentlich für dort hinten. Ich fand den Schalter der es dunkel macht. Und so stand ich da. Zur letzten Schlacht. Schnell hier rein. Gut. Na ja. Hat man gar nicht gebraucht. Zurück zu laufen. Und die ganzen Hunde töten. Die sind ja nur für den Schalter da. Und. Okay. Dann machen wir hier erstmal kurz einen Cut. Und sehen uns dann wieder zum Finale. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Any das nächsteinek... Tschulde. Baisernacht. Wahnsinn. Werhtell.